. Die Osnabrücke, die mögen die Kerne, die Waffel, deswegen fahren wir hier hin und wir sind da auch in die Umgebung hier von Osnabrücke. Es ist füstenau, längrig, hier in die Ecke fahren wir viel und es ist jedes Jahr wieder bombig. Wir sind ein bisschen aufgebotet, aber wir sind ein bisschen aufgebotet, aber wir sind aufgebotet. Vielen Dank.